Pass of Exile. Was tut ihr gerade, um die Wartezeit auf Diablo 4 zu verkürzen? Na klar, ihr sucht euch irgendein anderes Action-RPG, das nicht Diablo 3 ist und versucht damit so viel Spaß zu haben, wie es eben geht. Bei der Wartezeit auf Diablo 3 sind ein paar Neuseeländer aber einen anderen Weg gegangen und haben damit wahrscheinlich das beste Action-RPG aller Zeiten und eines der fairesten Free-to-Play-Spiele überhaupt erschaffen, Pass of Exile. Was ursprünglich nur die Wartezeit zwischen Diablo 2 und Diablo 3 verkürzen sollte, stellte sich schnell als sehr kluge spielerische Mischung aus Diablo 2, Final Fantasy 7 und Final Fantasy 10 heraus. Egal ob tausende von Gegenständen oder zig Skill-Edelsteine und deren millionenfachen Kombinationsmöglichkeiten, das passive Skillboard oder alle nachträglich eingeführten Systeme, die darüber hinaus noch das Spiel beeinflussen können, Pass of Exile bietet eine tiefgründige Spielerfahrung, die man so in keinem anderen Action-RPG somals wiederfinden wird und macht es damit zum besten Action-RPG aller Zeiten.